Wir können das auch hier hinstellen. Mal schauen, wie das aussieht. Sieht gefährlich aus. Vor allem, wenn ich das auch hier auf der Seite mache, sieht das ja auch gefährlich aus dann. Wir probieren es mal so, mal gucken. Wir sagen, okay, wir machen das sehr, sehr eng. Dieses Rätsel ist eigentlich quasi wie Ebene 1 aus dem Turm, nur schwieriger. Einfach, weil man halt zwei hat und die halt abwechselnd so laufen. Mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Ich meine, der andere Versucher sah halt schon besser aus, ne? Wir werden ja weit am Rand stehen. Ist natürlich, äh, belastend, ne? Ups. Meine Güte, ey. Ich krieg nicht mal hin, das zu platzieren hier. Äh, Easy Cook Asia und Donnelly kenne ich jetzt nicht, aber Easy Cook Asia haben die Boxen unterschiedliche Preise, je nach Rezept. Naja, weil HelloFresh kannst du ja auch, äh, noch Zusatz dazu holen, ne? Aber gut, die haben halt ein gleiches, gleiches Preisdings. Ein Dünner, die kenne ich jetzt nicht. Einfach am besten, oder halt einfach wirklich gleich bestellen. Gar nicht das selber kochen. Ne, ich muss einen versetzt hinstellen. So eine außerhalb und einen vielleicht einfach so hier in der Mitte halten, oder so. Oh Mann, ne. Das Rätsel ist, äh, belastend, unanstrengend. Würden die Bomben, würden die Bienen gleichlaufen, wäre es ja einfach. Ups, man sollte vielleicht auch, ähm, ne? Schauen wir jetzt, wie es funktioniert. Das ist sehr belastend. Ich muss jetzt herausfinden, wo ich den zweiten Laser hinstellen muss. Vielleicht noch näher dran? Außerhalb bringt mir ja nichts. Die sind ja dann irgendwann gleichzeitig dort, ne? Ach Mensch, das ist, äh, belastend. Kann ich nicht, kann ich mir anschauen. Äh, es gibt ja, die Sakura-Box, es gibt's, weil wir jetzt gerade bei Boxen sind, es gibt ja verschiedene Boxen, die man sich ja immer so bestellen kann, wo ja Goodies drin sind und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich stehe jetzt nicht in den Laser drin, ne? Das soll er eigentlich nicht. Äh, und es gibt die Sakura-Box, die ich ganz cool finde. Zumindest, was im Inhalt so drin ist. Gehre im Bier-Box direkt besser. Wir kommen der Sache näher. Vielleicht müsste ich dich auch einfach noch ein bisschen noch näher stellen. Verzweifle nicht, wenn du die Antwort nicht sofort findest. Mein Garten birgt viele Welten in sich. Das bringt mir jetzt auch nicht, das so zu machen, ne? Danke, Handy. Danke, Handy, die zweite. Warum, was? Wieso tue ich dies? Warum, warum habe ich das jetzt gerade getan? Man sollte auch, ähm, auf den Links drücken. Oh, sehr gut. Äh. Ja, es ist schön. Okay. Ich habe einen neuen Like auf einer Dating-Plattform bekommen. Oh. Oh. Was ich mir mal holen will für ein Jahr ist, äh, Loot-Chess. 20 Euro war ein Jahr mit T-Shirt und Rest und mehr Zeug mit Caps. Ja, die Loot-Chess, I don't know. Die, die haben mich nie wirklich interessiert, die Loot-Chess, tatsächlich. Aber ich bin auch nicht so der absolute Nerds. Und interessiert mich ja auch nicht alles. Da ist ja auch Films-Stuff und so drin, also für die Leute, die es mögen, klar. Aber meins ist es halt echt nicht. Nee. Really? Alter, das ist so kurz davor. Okay. Ist okay. Spiel. Nee, das knallt dagegen. Das knallt schon wieder dagegen. Meine Güte, ich hasse das. Ja, der ist jetzt wieder dagegen. Nee, ist aber scheiße platziert. Okay. 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 Der kommt da nicht ran. Okay. Gut zu wissen. Das heißt, ein Laser ist mehr oder weniger safe. Oh, scheiße, es kommt schon. Mann. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein wenig tanzen. Ich will noch ein wenig tanzen. Tatsächlich kommt da eine gar nicht mehr daran. Okay. Ich weiß nicht, so eine, keine Ahnung, so eine Collector Box oder so. wüsste ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt irgendeine kennen würde, wo ich sage, okay, ja, da ist coole Stuff drin, was mich jetzt interessieren würde. Ich glaube, ich müsste es jetzt haben. Ich glaube, ich müsste es jetzt haben eigentlich. Ich glaube, ich müsste es jetzt haben eigentlich. Okay. Okay. Außergewöhnlich. So. Karussell. Was? Was? Okay. Da hinten ist was. Hier ist eine Tür. Da ist eine Tür. Da hinten ist das Teil. Da hinten ist eine Tür. Erstmal können wir die blaue Tür hier aufmachen. Da kommen wir bestimmt an den Jammer ran. Ja. Voll krass. Ja. Hier kommen wir an den nächsten ran. Bis jetzt ist das Rätsel sehr easy. Ich warte auf den Punkt, bis es härter wird. Und jetzt brauchen wir was blaues. Oh. Wo ist das? Oh. Was, was? Wieso? Kommt dann noch eine Tür? Nein. Wir kriegen dann einen zweiten Laser-… …Konektor. What? Wut? Why? nur um die tür dann da hinten zu öffnen die frage ist gerade was der worte ja ja nee doch alles gut kann er die tür ja aufmachen hier und dann könnte ich mir das hier holen jetzt macht sinn den einen lassen wir hier stehen wir machen bloß den einen bereit jetzt weiß ich warum das karussell heißt jetzt macht es sinn weil ich jetzt den ganzen weg zurückgeben muss das heißt karussell weil ich den ganzen weg zurückgeben muss ich warte auf den punkt dass es härter wird das sind die bonusräume das in einem hatte war quasi ich hätte vielleicht den zweiten mitnehmen sein scheiße ich muss noch mal ganz kurz zurück ich hätte den zweiten da jetzt auch noch mitnehmen sollen damit ich auch wieder zurück kann so meine güte einmal einmal sie mir bitte die tür auf es muss ja nicht unbedingt schwieriger werden es könnte einfach strecken so wie hier gerade ich meine das ist ich sage ja selber dass das rätsel jetzt nicht gerade schwer ist brauche stehen jetzt hier eigentlich noch eigentlich nicht nur natürlich ist das hier noch eine tür also doch brauche ich ihn schon ich habe das ein problem der dinge steht scheiße ausgäuble sind dem fensteren das ist jetzt natürlich doof müssen wir ganz kurz was nachgucken ja ich brauche mindestens noch ein blauen laser für das hier ein schein auch das nicht rüber platzieren können weil da drüben noch eine wand ist ich brauche das ja hier oh boy ich kann das ja auch jetzt nicht einfach wegnehmen das geht jetzt auch schlecht okay das ist ein bisschen der härterer punkt oder kann ich never mind ich kann es da hin platzieren gut ich habe bis den dings falsch platziert okay dann ändern wir das ganz schnell wenn ich mal den dings richtig platzieren würde ach gott ey tippt 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 wunderbar wieder zurück ja ja der raumname passt der raumname passt nehmen wir mit ich kann es gleich mitnehmen hier na so jetzt haben wir es geht doch wunderbar auf auf im letzten raum und dann haben wir es was haben wir denn hier das fadenspiel oh ja super ja sehr super ja super ja sehr super ja 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 wenn er sich das gerade richtig wenn die okay wenn das blaue nicht an es geht das rote nicht wenn das rote nicht anders da hinten haben wir auf jeden fall noch einen blauen laser und hier haben wir noch einen roten laser ich kann jetzt auch nicht verbinden das geht es auch nicht wirklich was kann hier stehen oder ich kann irgendwo stehen und das blaue zu aktivieren dafür alleine brauche ich schon zwei hier gibt es noch einen perfekt könnten ja das so und so machen damit hätten wir dann schon mal das rote safe ach es ist so close hier sieht aus als ob gleich schreien schreien so ein kopfloses zuizid vom baustieres selbe um die ecke kommt klingt akkurat ja können natürlich war auch erst die tür normal öffnen es geht natürlich auch oder wir versuchen es zumindest nochmal zu öffnen ich erinnere mich wieder an das ich erinnere mich so langsam wieder an das rätsel und ich weiß dass ich das nicht mochte aber wir können das ja auch so machen ach stimmt und true 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 Untertitelung des ZDF, 2020